In diesem Video soll es um das Online Marketing Performance Weekend von den Sales Angels von Jens Neubeck und von Pascal Schildknecht gehen. Ich zeige dir, was dich im Online Marketing Performance Weekend erwartet, was dir die beiden hier zeigen. Wahrscheinlich kennst du bereits beispielsweise die Simple Profit Strategie, auf die ich ja auch am Bonuskiste YouTube Kanal eingegangen bin. Jens Neubeck und Pascal Schildknecht haben mit dem Online Marketing Performance Weekend vor, online ein Event zu veranstalten. Das Ganze findet am 29. und 30.08. statt, wo sie dir Schritt für Schritt zeigen, wie du es schaffst, automatisiert Neukunden zu gewinnen. Ganz egal, ob du Affiliate Marketer bist, ob du eigene digitale Produkte verkaufst, ob du für lokale Unternehmen Kunden gewinnen möchtest. Ganz egal, sie geben dir ihre genaue Vorgehensweise mit, die es ihnen beispielsweise erlaubt hat, unter anderem Nummer 1 Affiliate bei Ralf Schmitz zu sein, über eine Million Euro Umsatz im Jahr zu machen. All das lernst du hier im Online Marketing Performance Weekend. Worum soll es hier genau gehen? Lektion 1, Transformation und Keyword Analyse. Hier lernst du, wie Pascal und Jens YouTube, Google und Amazon verwenden, um für bestimmte Suchbegriffe gefunden zu werden. Sie analysieren, für welche Keywords möchten sie gefunden werden, je nachdem, in was für einen Bereich sie reingehen. Wie gesagt, ganz egal, ob du Affiliate bist, eigene Produkte verkaufst, physische Produkte verkaufst, digitale Produkte verkaufst, ein Coaching verkaufst, Hundefutter verkaufst. Es ist grundsätzlich ganz egal. Erstmal solltest du wissen, welche Keywords suchen meine Kunden, wie kannst du auf relevanten Plattformen wie YouTube, Google und Amazon dafür ranken und somit dann die Kunden einsammeln. Darum geht es eben hier in Lektion 1. In Lektion 2, Marketing Funnel und Neukundengewinnung. Wie baust du hier einen Verkaufstrichter auf, der für dich automatisiert verkauft? Lektion 3, Suchmaschinenoptimierung und Google Ads. Das heißt, Möglichkeiten, wie du sowohl organisch, also ohne Geld zu investieren, für deine Suchbegriffe auf Google rankst und aber zusätzlich die Möglichkeit hast, dir Besucher einfach einzukaufen, indem du Google Ads nutzt. Hier lernst du, wie du die wertvollsten Plätze in den Suchmaschinen deinen Mitbewerbern quasi wegnehmen kannst, indem du beispielsweise einfach dafür zahlst oder halt richtiges SEO betreibst. In Lektion 4 erklären Stefan Beyer und Daniel Haubner, die absoluten YouTube-Experten, alles zum Thema YouTube-Werbung, YouTube-Anzeigen. Auch da kann ich sagen, YouTube wird mittlerweile immer interessanter als Facebook, auch als werbetreibender, da, wie du wahrscheinlich schon mitbekommen hast, Facebook teilweise sehr, sehr streng ist, extrem viele Werbeaccounts gesperrt werden und wenn du über YouTube-Werbung schaltest bzw. über das Google-Netzwerk Werbung schaltest, das Ganze sich noch ganz anders verhält und du meist auch mit viel weniger Werbebudget bessere Ergebnisse erreichen kannst. Da ist halt einfach nicht so viel Nutzen. Wie funktioniert das? Wie nutzt du YouTube, um Kunden zu gewinnen? Durch YouTube-Werbung, durch YouTube-Marketing. Wie baust du dir eine Liste über YouTube auf? Wie wirst du mit YouTube als Affiliate erfolgreich? Wie verkaufst du deine eigenen Produkte über YouTube? Das zeigen dir Daniel Beyer und Stefan Haubner hier. Und last but not least, die Amazon-Kindle-Strategie, auf die bin ich ja schon in der Simple-Profit-Strategie auf dem Bonus-Kiste-Kanal eingegangen. Falls du das Video nicht gesehen hast, schau dir das gerne an. Hier erklären dir die beiden, hier erklären dir Jens und Pascal eine Strategie, die sie nutzen, um über Amazon-Besucher einzufangen. Das Ganze funktioniert so, kurz erklärt, sie listen ein Amazon-E-Book zu einem bestimmten Thema, sagen wir mal beispielsweise Hundeerziehung, sorgen dafür, dass dieses zu den relevanten Suchbegriffen wie Hundeerziehung auf Amazon ganz oben rankt. Sobald sich der Kunde dieses Buch gesichert hat, gibt es dann Möglichkeiten, über dieses Buch eine Liste aufzubauen, die E-Mail-Adresse desjenigen, der sich das gekauft hat, zu bekommen, Affiliate-Produkte über dieses Buch zu verkaufen, eigene Produkte über dieses Buch zu verkaufen, Coachings zu verkaufen. Im Grunde ganz egal, du hast hier eine Möglichkeit, eine der meistbesuchtesten Webseiten der Welt zu verwenden, um Leads für dich zu gewinnen. Und im Vergleich dazu, wenn du jetzt Leads von Google oder von YouTube sammelst, hast du bei Amazon meist eine noch viel kaufkräftigere Zielgruppe, die du da einsammelst, als bei diversen anderen Plattformen. All das wirst du im Online-Marketing-Performance-Weekend lernen, von Jens, von Pascal, von Daniel und von Stefan. Das Ganze findet am 29. und 30. August 2020 statt. Den ganzen Tag, also ein 2-Tages-Online-Event. Du bekommst auch eine Aufzeichnung dazu. Aktuell gibt es die Tickets für 47 Euro. Du bekommst unter anderem den 748.000 Euro Marketing-Prozess zum 1 zu 1 kopieren. Einen Schritt-für-Schritt-Fahrplan. Das heißt, hier geht es nicht darum, dir irgendwelche ausufernden Theorien zu erklären, sondern im Grunde genau das, was die Jungs tagtäglich machen, um Ergebnisse zu erzielen, so dass du das einfach 1 zu 1 nachmodellieren kannst. Du bekommst 5 einmalige Live-Workshops, um mehr Umsatz, mehr Provisionen und mehr Aufträge zu bekommen. Du kannst dir die Tickets zum Online-Marketing-Performance-Weekend über den Link unterhalb des Videos sichern, bonuskiste.com.ompw, so wie du es hier siehst, und bekommst nicht nur die Tickets zum Event dazu, sondern ich schenke dir zusätzlich meine Viral-Marketing-Secrets im Wert von 299 Euro, wo ich dir zeige, wie ich beispielsweise auf Facebook, ohne einen Centern Werbeausgaben zu haben, über 400 geteilte Inhalte auf einen Beitrag habe, dadurch über 50.000 Personen erreicht habe und hier beispielsweise durch nur einen Facebook-Post über 17.000 Dollar durch den Verkauf eines Affiliate-Produktes erzielt habe. Wie ich diese viralen Marketing-Strategien anwende, wie ich das beispielsweise bei Facebook mache, wie du das für Affiliate-Marketing nutzen kannst, so wie ich das mache, das zeige ich dir in den Viral-Marketing-Secrets, kostet normalerweise 299 Euro, schenke ich dir zum Online-Marketing-Performance-Weekend von Jens und Pascal kostenlos dazu, zusätzlich bekommst du meine Conversion-Secrets, wo ich dir zeige, wie du es schaffst, mit welchen Hacks es möglich ist, Conversions für deine Seiten, solltest du eine Verkaufsseite haben, nochmal, um einiges zu erhöhen. Welche Strategien, welche Tools nutze ich dafür, das zeige ich dir in meinen Conversion-Secrets, kostet normalerweise 249 Euro, schenke ich dir in der Bonus-Kiste kostenlos dazu. Und last but not least, eine super Ergänzung zum Online-Marketing-Performance-Weekend, lokale Kunden gewinnen, ein Videokurs, wo ich dir eine Strategie zeige, wie du es schaffst, lokale Kunden zu gewinnen, um so beispielsweise mit einer Agenturdienstleistung, für lokale Unternehmen, für Restaurants, für Friseure, für Installateure, für Dachdecker und so weiter, wiederum Kunden zu gewinnen und dich von den Unternehmen dafür belohnen zu lassen. Du kannst die Strategien, die Jens und Pascal hier zeigen, du kannst grundsätzlich Online-Marketing-Strategien in solchen Unternehmen einbringen, kannst für die Kunden gewinnen und kannst dich dafür bezahlen lassen. Wie ich das schaffe, wie ich solche lokalen Kunden gewinne, das zeige ich dir in meinem Videokurs. Kostet normalerweise 297 Euro. Auch diesen bekommst du kostenlos dazu. Sichere dir dazu einfach das Online-Marketing-Performance-Weekend über den Link unterhalb des Videos bonus-bonus-kiste.com slash o-m-p-w, so wie du es hier siehst und vergiss nicht, mir danach eine E-Mail an bonus-at-bonus-kiste.com zu schreiben. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg. Wir sehen uns am Online-Marketing-Performance-Weekend. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Ich versuche, jeden Kommentar zu beantworten. Bis dahin, einen schönen Tag und alles Gute. Ciao.